Prinz Louis eifert seinem Bruder George nach, was der Große darf, will der Kleine auch, und setzt seinen Willen mit Scham und Beharrlichkeit durch. Kleiner Prinz, große Emotionen. Prinz Louis, 6, sorgt nicht nur mit seinem frechen Grinsen und seinen Grimassen für Unterhaltung, sondern zeigt auch immer mehr, dass er sich an seinem großen Bruder Prinz George, 11, orientiert. Besonders bei einem seiner letzten Auftritte fiel der jüngste Spross von Prinz William, 42, und Prinzessin Kate, 42, auf, wie er dem Elfjährigen nachreiferte. Denn was George darf, will Louis natürlich auch, und das am liebsten sofort. Prinz Louis will auch Bagger fahren beim Big Help Out Event halfen die Royals fleißig mit, doch der Moment, der in Erinnerung bleibt, war, als Prinz George stolz auf Papas Schoß im Bagger saß, auch Louis sah genau hin. Wie Augenzeugen berichten, soll der Kleine Prinz lautstark gefordert haben, ich möchte mit reingehen. Und wer hätte gedacht, dass selbst bei den Royals die kleinen Dramen des Alltags genauso ablaufen wie bei uns Normalsterblichen? Louis' Beharrlichkeit zahlte sich aus, Papa William ließ auch den jüngsten Prinzen ins Baggerfahrerhaus klettern. Ein Happy End, das beweist, auch königliche Kinder sind eben nur Kinder, die ihren großen Geschwistern in nichts nachstehen wollen.